Halli Hallöchen und herzlich Willkommen zu AXE WeibliWolf heute mal mit mir alleine denn Dani ist krank und Sascha geht es auch nicht so prickelnd und hier wird gerade meine Bude auseinandergenommen was ich ehrlich gesagt nicht ganz so prickelnd finde ja hallo ich muss jetzt erst mal hier mich gegen die heimische Tierwelt verteidigen was leichter gesagt als getan ist so kommt alle mit ihr dummen Viecher ja also ich habe das Gefühl die foundations hier bringt tatsächlich nichts erstmal alles hier überall runter locken wenn mir hilf äh Gewicht Gewicht ist immer gut bei der Motte komm ich denn hier wieder raus das Problem ist dass die jetzt echt gerade unsere Basis auseinandernehmen was ich nicht so prickelnd finde ich bin gerade etwas überhastet in diese Aufnahme reingestartet man mag es kaum glauben guten Tag ja ich entschuldige mich dass gestern keine Folge kam äh ist äh was dazwischen gekommen am Donnerstag und deswegen gab es äh nur eine Chubb in Terrace Town Folge aber dafür kommt jetzt Montag kein TTT sondern ARK möchtest die Morte mal landen hallo müssen jetzt erstmal hier das Heim ver- oh ja stimmt ich hab ja bin ja gerade schon gestorben hab alles verloren das müsste irgendwo hier liegen da perfekt wenn wir Glück haben dann hält der ein bisschen Abstand Glück gehabt perfekt so die greifen dann weiter sinnlos handelt an Kollege wir werden auch keine zwei stunden Aufnahme machen weil ich ja allein bin wir müssen ja nicht übertreiben dann werden die Folgen halt ein bisschen kürzer aber ich denke das ist okay angesichts der Tatsache dass hier gerade echt Harry Part ist so das wird jetzt ein bisschen wow ein bisschen dauern au oh fack oh fack hey Warte 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 oh na ob ich das überleben werde hab dir den Move gesehen also wenn das mal nicht gekonnt war dann weiß ich auch nicht weiter Au Ne Motte Bleib bei mir Wahnsinn was hier abgeht grad Seh schon wir sind jetzt Die ersten 20 Minuten komplett damit beschäftigt Hier Das Haus zu retten Motte pack dich mal hier So Bleib mal stehen Bleib auf jeden Fall da Und wir erledigen jetzt Den Kanu hier Der wird 80 auch noch Der wird 80 und festgepackt Zu unserem Vorteil Was passiert denn hier eigentlich grad Ich bin mir grad nicht sicher ob meine facecam aufnimmt Moment Eine sekunde So also OBS nimmt natürlich nicht auf Das heißt Das ist erst mal Ohne facecam angesagt Mal wieder aufgrund technischer Probleme Und ich sag euch Ich könnte kotzen Weil im Moment einfach Nicht Funktioniert Ja gut Erstmal die Motte füttern Die kriegt man noch ein bisschen Gewicht Und dann Metzeln wir hier mal noch ein bisschen weiter würde ich sagen Ja das wird jetzt ein spaß All diese Viecher hier umzubringen Ja halt den Mund Du musst sterben Jetzt überfällt mich gleich Scheinlich gleich der von rechts Da der da noch gebohlert ist Aber an den traue ich mich nicht weiter ran Da ist noch ein Kanu Da ist noch ein Kanu Der den Berg hochkommt Oh leck mich doch Oh hör mir auf Was ist da nur los Alter schwierig Ich muss dann gleich erst mal schauen Dass ich ein paar andere Plattformen setze Das ist ja nicht feierlich hier Jetzt kommt der hier auch noch Ja ist klar Vielleicht machen wir doch die gute alte Bewertet Lock Weglock Methode Alter Schwede Zwei davon Der hat das auch noch festgebracht Na los Das Gefühl meine Motte verhungert langsam Und ich auch Ne das bin ich der Der verhungert Ups hier Aber ich kann ja nichts zu essen machen Ist das jetzt weit genug unten Ich hoffe doch Senkrecht start Und dann Muss ich mir mal Daran machen Hier Die Kanus zu beseitigen Nein Ja 64 Bleib bloß weg Könnte ich dir irgendwie helfen Sag mal Wie viele Kanus gibt es denn hier Das sieht aus wie eine Schlange Next one Immer schön in den Kopf So wie du es magst Genau so wie du es magst Nein 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 Du brauchst gar nicht abhauen Die nächste Schlange Die nächste Schlange Ei 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 Recht schwere Geburt Na wo bist du Da Ach tot Sehr schön So Ja komm Sterb Stirb Ich sterbe So Dann kriegen wir jetzt auch noch Ein bisschen Fleisch Vielleicht mal braten können Wir werden unsere Dornen Schießenden Kollegen da unten los Ah ja der Honk hier Unser werter Nachbar hat auch noch den letzten Baum gefällt Und überhaupt nichts erreicht Und überhaupt nichts erreicht Ey der Typ ist Soll man dazu noch sagen Möchten einfach nichts Fleisch Wir haben natürlich kein Holz mehr Weil ein werter Herr Nachbar Das alles hin fortgerissen hat Ein bisschen ist hier noch Wofür brauche ich denn Er hat ziemlich genau so viel Das ist ja Quatsch Auch Quatsch Auch Quatsch Maximal Oh Bisschen besser Oh ich könnte meinen Hut wieder mit einsammeln Meiner Und Was kosten denn Thatch Foundations Ganz normale Thatch Foundations Thatch Wood und Fiber Könnten wir uns sogar leisten Und ist auf jeden Fall sinnvoller Als Wood Fiber Oh da wird Schilder gekämpft Was du werfen kannst Kann ich schon lange Oh Dann bleibt das da hängen Und dann macht das Ding Kein Schaden im Schwanz Uuh Au Okay Nummer eins Ei 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 Jetzt bin ich auch noch im Begriff zu verhungern Nein Lass die Foundation in Ruhe Lass die Foundation in Ruhe Lass es in Ruhe Treff ich? Nein Aber der So Noch einer Okay Erstmal Erstmal muss ich was essen Problem ist halt Dass ich hier drin Abnippel Weil es so heiß ist Alles nicht so optimal Jo Warum auch immer der wegrennt Komm wieder her Mein Freund Jetzt weiß ich natürlich nicht Wie lange ich schon aufnehme Scheiße Geh Alter Ja ich bin level up Hätte ich mir fast gedacht Stirb doch Hohes Level Oh den muss man wieder Lieber wieder ausnehmen Wegen dem Bukin Ähm Es sieht ja schon wieder das Wasser Ding aus Mann Äh ich wollte aber noch Fetch haben Was wir natürlich nicht mehr haben Außerdem fiebt das Ding so verheißungsvoll das macht mir Angst Und ich nippel gleich ab Und doppelt ein bisschen was gegessen So wollen wir uns mal einen Baum suchen Vielleicht soll ich nicht so viel Zeug mitnehmen Das wäre doch mal eine Idee Auf zu fiepen Du kannst jetzt nicht fiepen Das macht mir Angst Wie schießt das da voll oder was So Auf geht's Ja Die Map ist hart Vor allen Dingen unser Gebiet Da muss echt jetzt mal was Oh vielleicht hätte ich die Tür nicht offen stehen lassen Egal Da hätten sie Bäume Ist auch gar nicht so weit Aber gefährlich Mal gespannt was wir diesmal zur Reihe kriegen Wahrscheinlich nicht Gar nichts Aber Ja naja Geht's schnell sein Fert schon gut Auch sehr schön Wir hätten uns eigentlich hier hin bauen sollen Das ist fast schöner als das andere Also Naja Wobei nicht von der Aussicht Aber Hier hätte sich halt kein anderer Der hätte sich da wahrscheinlich da unten Da unten hingebaut Der Penner Ein paar Beeren Für die Motten Und äh Ja aber er baut halt auch nicht weiter Das heißt ähm Naja Mal vorbeigucken Vielleicht ist er wahrscheinlich auch schon längst tot Oder weggezogen Was ihm hier zu gefährlich ist Oder Vielleicht können wir es ja bald abreißen Ja schön Es regnet Nein Ey ich flipp komplett aus So ganz Sinn macht nicht Dass man Durst verliert Wenn es regnet Lucille Das ist ja gar nicht meine Motte Und ich hab mich schon Jetzt hab ich das falsche geskillt Upsi Das erklärt warum Es erklärt aber warum die so schwach war Nein Bleib hier Äh Ich wollte hier Und dann hier Und dann Touch Foundations 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Crafting Speed Einfach weil es geht Mal kurz gucken Wann dem sein Scheiß hier abläuft Patch 2, 4, 8, 3 Wird jetzt der Server neu gestartet Ich guck lieber nicht Es wäre typisch Wenn jetzt der Server neu gestartet wird Einfach Nur Typisch Mann Willst du jetzt mal auf diesem bescheuerten Hausdach Das ist wie die Pteranodons Vor einem Jahr oder so Lass mich komplett verarschen Ah Touch Foundations Ich mische mich da jetzt einfach mal ein Oh Der Thony Dragon gewinnt 210 Schaden Goll Das Problem ist Dass ich jetzt aufpassen muss Wo ich hinrenne Wo ist er denn Schauen wir zuerst ab Nippelt Ich Hundertfuhig In 15 Minuten neu Heute läuft es einfach nicht Heute läuft es Ein Fach Nicht Ja ist ja gut Was zum Teufel greift der an Die größte Frage ist jetzt Wo ist meine Leiche Beziehungsweise Wo sind die Reste von meiner Leiche Also Ich habe heute ein wirklich gutes Gefühl Was den Rest des Tages angeht Da Kann ja ein Level 16 Thony Dragon so stark sein Boah Einem Sperrwurf Halt mir auf ey So Und sterbe ich denn Jetzt sterbe ich weil mir zu kalt ist oder was Oh dieses Spiel mag Es macht mich fertig Es macht mich einfach fertig Ohne Scheiß Das kann doch nicht wahr sein ey Mal das Dach hier wieder zumachen Hallo Kann mir jetzt mal bitte Minus 43 Grad Fast logisch Fast logisch Nicht viel Aber fast Mal hier die Kleidung snacken Aber die hält nicht kalt Äh warm mein ich Ein bisschen was anziehen Der Wille zählt Und so Das Problem ist halt Ich vernippel gleich wieder ab Weil es kalt ist So Das Feuer aus Ach ich mag dieses Spiel Das ist richtig toll Das ist richtig toll Das weiß ich gerade Was ist denn los Wo war ich die Tür zu machen Jetzt müsste es doch hier drin Warm werden Und ich habe einfach keine Zeit für den Scheiß man Muss hier Plattformen setzen Und zwei Kanus Ja hör mir auf ey Ah ich kann nicht von mir hin rinkellen Auch ne Möglichkeit Man muss nur wissen wie Oh ja ich bin verletzt Jetzt ist mir zu heiß nämlich Das Spiel ist nicht logisch Jetzt ist mir zu kalt Hä Was zum Und ich kann nicht am Bett spawnen Ja gut Leute Da der Salva eh gleich ausduckt Ähm Und dann steht die Motte noch oben Die killen jetzt alles da Oh man ich kann Total Die Krise Ich kann mir spawnen Kann ich noch kurze Zeiten Oder was Ist ja natürlich nett Ja das war Oh man restarted in 10 Minuten Ich habe es gerade gesehen Kommt mit Keine Zeit euch zu töten Oh schöne Aussicht Nein 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 Vier Kanus Jawohl Sag mal wo haben wir uns denn da eigentlich schon wieder hingebaut Ist mal ein Erklären Entschuldigung Ja je Sehr ungeile Stelle So 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 Nerv, nerv, nerv. Ich hab keine Zeit. Ich muss jetzt doch hier noch eine Plattform bauen und mich dann ausloggen. Es darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Was zum Fick ist los mit euch, ey? Gott, verdammte Bieste. Was ist jetzt dein Problem hier? Du landest jetzt hier drauf, sonst kriege ich kompletten Ausröster. Oh, kommt mir auf, ey. Ich hab das Gefühl, es war eine sehr schlechte Idee, sich in Ark einzulocken. Möchtest du jetzt mal sterben? Zwei Säbelzahntiger, ja. Ist ja klar. Wie viel Leben hat denn der, ey? 120. Die Zeit läuft. Komm, ne Papp. Los! Jetzt noch der. 5 Minuten noch. Okay. Als sie killt. Jetzt schnell rein. Die Decke aufmachen. Die Decke aufmachen. Oh nein. Ich werde es nicht schaffen. Denn... Weil dieses Spiel scheiße ist. Okay. Okay. So. Vier Minuten. Vier Minuten. Ich tue mein Zeug einfach da rein. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das muss da noch rein. Das kann auch in mein Inventor. Scheiße. Äh. Äh. Und äh. 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 Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. War ne Scheiß Session. Hat irgendwie... War blöd. Hat nicht funktioniert alles. Und deshalb wird neu gestaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.